Ja, hallo. Ich hab' mich, äh, verrechnet, ich muss nur ne Folge aufnehmen, damit's passt. Hallo. Überleister, äh Ciao! Überle... Ertrunkena. So, ich geh' mal hier. Aha. Alter, wie viele denn? Tschüss! 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 Mach' nem platt! Aha. tschüss tschüss so okay ich gehe aber irgendwie in die falsche Richtung ich weiß es gar nicht, Gitterstäbe ups sind wir runter gesprungen abgeschlossen, wo muss ich denn jetzt hin, so ne der Spur folgen wir wollen wenden ah ok so komme ich hier auch wieder hoch, zack, einmal hochsteigen bitte, dann gehe ich halt nein, nicht wieder runter wow Ertrunkene brauche ich zum Glück auch nicht mehr so wir schauen, was uns hier noch so entgegenkommt wahrscheinlich noch ein paar Ertrunkene, aber oh, tut mir leid, die halten uns ja nicht allzu sehr auf komm, machen wir halt aha der eine ist schon down der andere auch gleich tschüss so, das war einfach noch mehr Ertrunkene ah, kommt halt her aha mhm so zwei down, einer fehlt noch und tschüss so, das war's auch für dich einmal hier runter Geralt, runter so und da stehen schon zwei hier kann man noch ah, hier kann man gleich pennen das ist ja praktisch ihr habt hier nichts verloren so, ich hab einmal mal Bandit, Bandit hallo verschwinde ich werde sehr gut, genau was verschwindet sich hinter dem Gitter aha es geht euch nichts an verzieht euch äh äh ja, Angus seit wann hat er denn Freunde wie euch nennt mir das Passwort ich hab das Passwort nicht das will ich sehen oh Gott, was ist das Passwort ah, shit Passwort ist doch nicht Passwort ah, Flamme ich werde euch helfen zu lügen ich muss pissen oh, hups Moment stand da nicht auf dem Zettel was drauf war das nicht? Liste der Verdächtige so, Turm-Tarot-Karte Tipps von Kalkstein äh, ja haben wir hier nicht noch was? äh Freibrief Freibrief Würfelkästchen Würfelkästchen ja, äh nee okay dann haben wir von dem halt nichts mehr okay, tut mir leid tschüss uh, die haben Echse oh okay, da muss ich ein bisschen aufpassen tschüss okay aber hat noch nicht gereicht, hä? mhm alle, die machen mich platt mhm okay, nochmal so, jetzt müsste es aber reichen, oder? tschüss mach ich ein Blatt oh ja, ciao tschüss, so hast du ein Problem? ja, warte mal auf mich, ne? aha ich glaube, der hat Angst aha, nee okay 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 kommt, den machen wir auch noch platt tschüss tschau und einmal da durch und dann einmal noch da durch so der andere liegt wieder mal in der Wand, ne? der Meerischer Stahl durch Axt kann ich so überresten? ah, danke das brauch ich das brauch ich dankeschön der hat auch einen Schlüssel das brauch ich aha dankeschön so, hier ach so, hier aha, in die Richtung kann ich wenn wir schauen sollen okay mhm vor mir hier jetzt jetzt sauf ich nochmal Schwalbe, oder? ne, Schwalbe, ach doch sauf mal so so, einmal Schwalbe saufen und dann durch die ah, ich bin im Salamanta aus Steck da wollten wir das sowieso hin ist das nicht praktisch? das ist sehr praktisch sogar tut mir leid also ein komisches Geräusch, ne? vergiss das einfach nein, vergiss das nicht merkt es euch merkt euch die oh bin ich schon drin? das ist aber schlecht genau okay äh, Held, Meuchler okay, tschüss dumm so, sonst noch jemand ein Problem? äh nehmen wir alles mit die, ihr beide hallo what the fuck den Hammer will ich aber haben mhm aha so jetzt put mal auf so, jetzt fahren wir den um und dann holen wir uns tschüss kopf ab du auch? du hast ein Problem? okay, hier den kriegst du den hier tschüss aha und finisher huuuuuh tut mir leid, hat man nicht gesehen das ist aber auch nicht so richtig das reicht, wenn wir einfach alle besiegen huch transferieren bitte ich brauchst du das Geld so, die Abzeichen kann ich auch gebrauchen oh, da rennt noch mehr rum muss ich jetzt wirklich alle besiegen? ja, scheiß doch drauf, okay scheiß doch der Hund drauf, hallo sprichst du in der Kruft aha aha, ah, drei mhm okay okay einer schon tot okay der andere ist auch schon tot okay so, dann können wir den finischen und dann ist gut hey das hat's wohl nicht so gebracht, ne? oh, man ich bin zu dumm dafür und ciao so ein bisschen XP verdient nehmen wir alles mit zack danke ne, die anderen Überreste noch ach, das war der richtige die Überreste so, auch noch 10 und wieviel hast du so, ich weiß es gar nicht oh, Fiste ich hatte dabei dankeschön so, äh wo muss ich jetzt eigentlich lang? äh, okay ne hier lang? wo kam ich her? shit ich habe hier lang ist glaube ich richtig, ja so, sollen wir jetzt noch da lang schauen äh, ich weiß noch nicht so genau hier komme ich her, ne? ja, hier komme ich her okay, dann schauen wir doch erstmal hier lang gibt's hier noch was? kruft ich werde mit dir hier kommt jetzt gleich Ghoul raus oh, ach du Scheiße das sind viele das sind sehr viele hier ist eine Kiste drei Salamander aber ich würde sagen so, ich speichere jetzt nochmal und ja, dann wähle ich an dieser Stelle einfach mal die Folge wir, äh hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuschauen wenn ja, Abo, Favo bla 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 da lassen alles mögliche und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder wenn es wieder heißt der Wichser tschüss mit dir und tschau ho schau